Musik Melanie Kemser ist professionelle Gesangspädagogin und Sängerin. Sie hat ihre Stimme zum Beruf gemacht und Jazzgesang studiert. In meinem Unterricht lernst du, wie du deine Stimme optimal einsetzen kannst. Wie du dein Volumen maximieren kannst, sodass du dich in allen Tonlagen wohlfühlst. Bei mir lernst du die ganzheitliche Gesangstechnik. Es ist egal, ob du Popmusik, Jazz oder Klassik singen möchtest. Ich kann dir bei jeder Gesangsrichtung helfen. Mir macht es unglaublich viel Spaß, das Beste aus dir herauszuholen. Und schon nach kurzer Zeit wirst du merken, wie viel wohler du dich beim Singen fühlen wirst. Ich habe jetzt seit einem halben Jahr Gesangsunterricht bei der Melanie. Ich will hier einen Jazzgesang studieren und dann dachte ich, okay, ich schau mal. Ich habe ganz banal im Internet einfach gesucht und bin auf sie gestoßen und hatte ziemlich Glück. Man fühlt sich gut aufgehoben und man fühlt sich irgendwie so, als wäre ihr persönlich, würde ja auch wirklich was daran liegen, dass man weiterkommt.